Die Fußball-Weltmeisterschaft geht weiter. Die Spannung ist auch in der Reptilien-Auffangstation in München beinahe greifbar. WM-Orakel Waschbär Vladi kommt aus seiner Kabine. Die Mannschaft gewinnt, in deren Tor er den Ball reinmacht. Deutschland braucht unbedingt den Sieg, um nicht schon in der Vorrunde auszuscheiden. Und er geht auch direkt auf das deutsche Tor zu Andempfosten. Das war knapp und wieder vor dem deutschen Tor. Doch Vladi macht ihn nicht rein. Jetzt geht er an das schwedische Tor heran. Joachim Löw ist ganz nervös, auch wenn Vladi hier wieder am deutschen Tor ist. Doch der Ball ist wieder nicht drin. Nächster Anlauf. Doch Vladi kann sich nicht entscheiden. Ist am schwedischen Tor. Das wird eng, das wird eng, das wird ganz knapp. Und an den Giebel rangeh. Zimmert von Waschbär Vladi. Da ist Löw schon schier von seiner Trainerbank gekippt. Es geht weiter an den Pfosten, an den Pfosten. Löw kniet nur noch neben ihm Co-Trainer Schneider. Doch Vladi, es ist Pause. Er geht erstmal in die Kabine. Die Deutschen müssen sich weiter gedulden. Und Waschbär Vladi kommt wieder aus der Kabine. Zweite Halbzeit. Jetzt das Spannende. Er geht direkt zum schwedischen Tor. Er nimmt den Ball. Was macht er nun? Er beißt auf den Ball drauf. Was will er machen? Will er die Spannung noch weiter steigern? Dabei ist sie nicht mehr zu steigern. Er spielt mit den Nerven. Waschbär Vladi. Wie er mit dem Ball rumtänzelt. Was hat er vor? Er geht in Richtung deutsches Tor. Er nähert sich dem Tor. Pfosten. Doch der Ball ist drin. Der Ball ist drin. Der Ball ist im deutschen Tor. Deutschland gewinnt das zweite Gruppenspiel gegen Schweden und hat weiter die Chance auf das WM-Achtelfinale. Waschbär Vladi.